Herzlich Willkommen zurück zum neuen Part von Let's Play Tormodats Live. Im letzten Part haben wir unser Mies erst mal wieder so weit angeschaut. Wer ist überhaupt in unserer Insel, was ging da ab und vieles mehr. Und haben hier in diesem Mie-Apartment schon Probleme gelöst. Da gibt es sogar jetzt direkt schon wieder neue Probleme. Und das ist so der erste Tagesablauf, dass wir irgendwas haben, was da abgeht. Und Cookie, bei dem waren wir noch nicht. Stimmt. Der hat ein neues Problem. Schauen wir da mal rein. Joa, so ist es aus, ne? So lange nicht gesehen. Naja, jetzt bin ich ja wieder da. So Cookie, was gibt es? Eine Einwegkamera. Ja, oh Wunder, ich habe sogar eine. Gerade gesenkt bekommen. Da haben wir sie. Es wird quasi das Geschenkfeiter gesenkt. So, wer ist der A von Fotos? Ähm, kürzere Sonne wie Wunder Porträts ist viel cooler. Cooler. Bäh. Dann mache ich mal ein paar Fotos. Macht es. Und Fotos ist, glaube ich, sogar ein sehr gutes Disswort. Aber was haben wir das Event Gleis an? Aber erst, was haben wir auch seine Fotos an? Die sind, ähm, High-Quality. Du sagst das, wie es ist. Das ist doch ein sehr schönes Foto. Oh, 8er-Bahn. Okay. Das speisern wir. Super. Hier wurde auf der HDK gespeisert. Perfekt. So. Der Titel lautet, das ist das Leben. Das ist doch ein sehr guter Titel, weil das ist ja auch das Leben. Also das passt. Super. 100 Punkte. Sowas von. Finde ich auch. Ich wusste, dass ich es drauf habe. Ja. Du weißt es jedenfalls drauf. So. Dupi dupi. Jetzt geht es allen mies gerade mal gut. Das ist super. Aber du hast noch einige Bewohner hier drin. Der wird jetzt mal festhalten. So. Also. Ich kenne viele Sachen. Unter anderem ein Ereignis im Park. Und da sollen wir uns einfach mal hängen. Also. Die Tomasatze-Live-Filos werden uns nie so lagen. Muten halt. So. Woher ist denn jetzt ein richtiger Fotograf? Wer das macht? Okay. Hobby-Fotografen. Alles zurück. Hast du Lust, mein Modell zu werden? Warnung. Geräusche des Auslösers ist dabei hörbar. Ja. Sicher. Dieses Bild wird ganz fantastisch. Wenn wir jetzt wirklich mit der Kamera vom 3DS ein Bild machen würden. Spitz mal die Lippen. Ja. Ich glaube nicht. Ne. Das ist nur Endgame. Schau mich mal ein wenig von der Seite an. Aber eh. Ich glaube die Kamera vom 3DS ist kaputt. Muss ich gleich die unbedingt mal anschauen. Müsteere ich liebe dich. Ah ja. Müstehe wird es mal nicht, dass wir nicht erst lernen. Das ist doch super, das ist absolut, ich bin nicht absolut charmant. Klipp, klipp, ist das süße Bild. Ein Stückchen nach rechts. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube man sogar, obwohl der Sound von meinem 3DS Gerät sonst aus ist, das ist sehr witzig. Das ist das Bild des Tages. Oh, das wurde sogar doch, dass die Kamera... Wurde doch, dass die Kamera sagt, habe ich das Bild von meinem nie gemacht. Ich weiß nicht, dass die Kamera funktioniert. Oh mein Gott, sie hat das Foto speist für mich. Aber so was von dir kommt so was raus aus dem Thumbnail von diesem Let's Paper an. Ja, viel zu wild das Ganze. Oh mein Gott. Und du sagst, das ist jetzt so ein so High-Quality-Culted. Hur. So. Also das ist immer noch das Eigen mit dem Fotografen, ne. So, sagen wir doch mal, an dem Aussystem ist nämlich Spongi unterwegs. Mit dem Rest kann man zoomen. Mal sehen, wann die besten Veranstaltungen sind. Ah, erzählen wir mal diese Veranstaltungen. Sagen wir uns doch mal an. Los geht's mit erst, erzählen wir mal. Wobei, nee, das machen wir das nächste Mal. Eine coole Veranstaltung. Das machen wir nicht heute. So, was gibt's denn hier noch, Will? Doch, komm, jetzt waren wir so drauf. Jetzt machen wir auch, erzählen wir mal. Ihr habt lange genug gewartet, zeig für eine Runde erzählen wir mal. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Weilt eine Frage und viele Lücken aus. Wer kann ich ohne Kuscheltier schlafen? Nur eine Person kann ich ohne Kuscheltier schlafen. Wer kann nicht gut singen? Auch immer wieder eine sehr wichtige, bahnpressende Frage. Wer nicht gut singen kann? Oh, dann melde ich mich. Aber ihr habt zuerst, ich kann tatsächlich nicht gut singen. Wie lügt ihr? Wer gehört hier zur Gruppe, der ist ja ganz klar. Wer gehört hier zur Gruppe der Dama-Kuch-Fans? Wer gehört hier zur Gruppe der Dama-Kuch-Fans? Wer war Kuch? Wer war einer? Aaaaaahhhhhh. Aber immerhin, das war ja Sen. Das war ja Sen's mir. Immerhin Sen, wir waren zur Game-Accord-Sand-Cruppe. Es wird's doch Sen. Du! Bist mein wahrer Fan? Nein, nicht mein Fan. Warte mal mehr, das passt da. Ja. So, Ende. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war er selber mal. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Was gibt's denn noch so vieles? Hier gibt's vieles. Möbelhaus ist neu. Fachgesetz für Einrichtungsgegenstände. Hören wir doch da einfach auch mal vorbei. Geil. Fastfood. Oh, fastfood. Oh, fastfood. Will ich aber sowas von kaufen. Will zweimal haben. Viel Geld. Weil ich find diese Bule so wild. Ich will davon Leute, dass Leute sich das so einrichten. Machen. Ich glaub es auch. Da war Boutique. Gutmacher. Supermarkt. Ja, wir kaufen mal ein paar Sachen noch ein. Wir haben zwar vieles, aber wir wollen wieder was einkaufen. Dann müssen wir ein Frühstücksteller. Alle zwei Stück. Oh, lecker Serane sinken. Geil. Ich hab auch noch ein. Weil der ist teuer. Franzweller Kirsch-Torte. Auch mal drei Stück. Was haben wir denn noch? Obersiel. Genau. Flax. Knitzel. Knitzel ist immer lecker. Jetzt haben wir eh noch ganz viel. Oh, Knuffi. Knuffi suchig. Jetzt haben wir eh noch einiges. Den Rest haben wir eh noch einiges. Als Croissant-Markes. Kann man noch mal zwei holen. Oder auch Papier. War halt nicht so. Und trinken. Selbstverständlich. Ne, da gibt's noch gar nichts. Oh mein Gott. Mieser Dursten. Sehr Wahnsinn. Krass. Strand. Ich glaub spenden gibt's generell gar nicht mehr. Importwaren. Der Hafen. Was tut es so? Da gab's noch so viel mehr. Kann ich gar nicht mehr erinnern. Das sieht man mal. So, jetzt werden wieder ein paar Mies fast. Das gibt's ja nicht. Immer wenn man ein bisschen hier rumdingst, kommen wieder neue Mies mit irgendwas. So sind bei Spinn-Missi. Sommen wir da mal rein. Guten Tag. Guten Tag. Wie kann man dir helfen? Du hast Hunger? Eiei. Und Schnitzel. Geht dein Lieblingsessen, dann passt es perfekt. Ja, das war absolut lecker, ich weiß, ich weiß, Metzl ist unser Konter Lieblingsessen. Nice Level, perfekt. So muss das. So, dann machen wir wieder eine... Boah, weiß gar nicht, ob du so eine Einrüstung hattest. Ich hab aber so einen... Die gehen ins Hinken, wie die jetzt am 3.1. auch sind. Bei Einrüstung wird hier erst den. Mehr Hellgrün. Ach so, jetzt hast du es dir schon gehabt. Boah, jetzt hast du noch Einrüstung. Bisschen Trapeten wechseln, ist ja super, ne? So, jetzt kann ich mir das hier mal selbst ansehen. Richtig, da konnte man ja hier, wenn man den... Oh, ach so, ich hab den reißen jetzt nicht ab. Wenn man 3DS jetzt hier bewegt, ihr seht das hier, ein bisschen. Ja, dadurch, dass man ihn bewegt, bewegt es eben auch jeder ganze Welt. Ich hab nur mal ein bisschen eingeschränkten Spielraum, weil das alles hier an... Kabel angeschlossen ist, wie ihr auch sehen könnt. Und das hier, wenn man die Capsack hat. Könnt ihr auch mal sehen, wie das Ganze aussieht. Aber was meinst du, wenn ich mich hier umsau, ihr seht das... Eine neue Einrichtung zu bekommen ist so aufregend. Super umsehen. Und ja, in der Tat, deine neue Einrichtung ist super aufregend. So. Aber wir haben uns ja mal genug um das heute, würde ich sagen. Ich will es ja mal hoffen, dass du pfleglich damit umgehen wirst. Das will ich es einfach hoffen. So, die Annahme ist fertig. Das sind Sachen, die haben wir uns im nächsten Part an von Top and das live. Bis dann. Wie redest du jetzt grad? Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.